Hey Leute, hier möchte ich jetzt für euch ein kleines Video über das aktuelle Valentinsangebot für euch machen. Und es sind ein paar interessante Sachen dabei. Fangen wir hier im Markt an. Das ist eine Sache, die man auf jeden Fall, denke ich mal, übersehen würde. Weil wenn man es nicht weiß, schaut man nicht nach. Und es ist auch, glaube ich, nirgends angegeben. Aber es ist mal wieder die Valentinspalette verfügbar. Ein Credit ist eine Palette, benutze ich sehr gerne. Hier unten dieser eine sehr dunkle rot-schwarz Ton. Sieht fast aus wie schwarz, aber ist doch ein bisschen rotstichig. Also benutze ich sehr gerne. Und für einen Credit kann man sich da wirklich nicht beschweren. Als nächstes gehen wir dann nach Fortuna. Da gibt es eigentlich die ganzen restlichen Valentinssachen. Und ich muss sagen, interessant. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also es sind interessante Sachen dabei. Es sind Sachen dabei, die sind mehr oder minder Müll. Aber gehen wir einfach mal drauf ein. Zuallererst solltet ihr wissen, ihr braucht die Schuldscheine von den Solaris. Das könnt ihr auf verschiedene Methoden bekommen. Gehe ich nachher drauf ein. Und das Ganze hier geht bis zum 24. Also habt ihr auch noch mehr als genug Zeit. Ich muss gerade überlegen. Ich glaube, heute ist der 11. Also 13 Tage. Also vermutlich eher 14 Tage. So. Dann haben wir... Also ihr habt es gerade gesehen, wie er da drauf kommt. Haben wir verschiedene Sachen im Angebot. Zuallererst der File-Skin Eros. Der ist jetzt nicht mehr ein Verbrauchsgegenstand, sondern ein permanenter Skin. Okay. Wenn man es mag. Dann Snipe-Tron Blaupause würde ich mir auf jeden Fall holen, weil es ist eine Waffe, die man sehr selten nur bekommt. Und hier hätten wir die Ignisrev Blaupause. Wer sich die Ignisrev Blaupause hier kauft, macht einen Fehler. Anders kann man es nicht sagen. Also die Waffe ist gut auf jeden Fall. Aber ihr bekommt die Blaupause im Trading-Chat und überall gratis. Also wer dafür was ausgibt, abgesehen von den Handelskosten und irgendeinem Item, der macht leider was falsch. Weil wie gesagt, die Waffe hier, die Blaupause, ihr kriegt sie geschenkt. Dann gibt es einige Klüfen. Die meisten kosten hier eigentlich nur Obdach-Schuldscheine. Außer die hier, die kostet 15 Medizin-Schuldscheine. Und die hier bekommt ihr eigentlich hinterhergeschmissen, weil Obdach bekommt ihr ohne Ende. Und dann kommen wir jetzt hier oben zu den Sachen. Fangen wir mit dieser Farbpalette an. Ich muss sagen, sie sieht sehr spannend aus. Sehr viele schöne Rottöne drin, aber auch ein paar nette Violett-Töne. Von daher denke ich mal, lohnt sich auf jeden Fall. Bloß, das ist eine Farbpalette, die keinen Platin kostet. Von daher lohnt sich es eh. Dann hätten wir das hier. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, ihr seht's. Wir hätten, das ist jetzt heftig, diese Dinger. Ich sag's mal so, im Dojo könnten sie spannend werden. Aber, naja, ich würd's mir auf jeden Fall kaufen, auch in meinen Orbiter irgendwo stellen, aber. Es ist gewöhnungsbedürftig. Also Dekoration für den Orbiter. Und ihr wisst ja, man kann Orbiter-Dekorationen auch. Ins Dojo spenden. Dann, als letztes werden wir dann hier beim Ephemera Eros schwingen. Und zuallererst ist es ein Ephemera. Ihr könnt es zusätzlich zu einem Syrandana anziehen. Ich denke, das Ding wird absolut gehypt werden. Ich finde es eigentlich mehr oder minder Mist. Ist jetzt nur meine Meinung. Aber muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich gehe gleich noch genauer drauf ein. Aber erstmal haben wir jetzt hier mit Ticker und den Schuldscheinen weiter. Schuldscheine könnt ihr entweder direkt bei ihm kaufen. Zum Beispiel Training und Obdach ist eigentlich immer dabei. Die anderen sind ein bisschen seltener und auch ein bisschen teurer. Aber ihr könnt theoretisch alle Schuldscheine hier direkt kaufen. Ansonsten gibt es noch zwei, drei andere Methoden. Ihr könnt zum einen die Bounties hier hinten bei Oedicchio machen. Na, komm. Und umso höher der Auftrag, umso besser sind die Schuldscheine. Das heißt, hier ist zum Beispiel jetzt Familie drin. Hier wäre Fortschritt drin. Hier Medizin. Und hier jetzt nur Training. Also ihr merkt schon. Die zweite Methode wäre, oder beziehungsweise die dritte wäre, dass ihr den Profit Taker macht. Der kann auch viele Schuldscheine droppen. Muss ich jetzt gerade selbst nochmal nachschauen, welches genau waren. Also er kann droppen die Familienteile, die Fortgeschrittenen und die Medizin. Also alle, die ihr nicht so häufig bei Ticker gekauft bekommt. Und dauert auch nur zwei bis vier Minuten, den einmal zu legen mit einem normalen Team. Also normales Team so drei, vier Minuten. Schnelles Team zwei Minuten. Und ihr könnt es natürlich auch solo machen. Je nachdem schafft ihr es auch in zwei, drei Minuten. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte. Ihr könnt das halt nur machen, wenn ihr maximale Stufe bei Solaris habt. Wenn ihr das nicht habt, müsst ihr halt hier über die Aufträge gehen. Oder die letzte Methode wäre, dass ihr durch die Open World Map rennt wie ein Verrückter. und nach Stunden irgendwo mal einen von diesen Schuldscheinen rumliegen seht. Ja, die können da rumliegen. Ihr könnt die aufsammeln. Aber es ist halt eine sehr seltene Sache. Ich glaube, in meinen gesamten Spielstunden im Welles hatte ich vielleicht zwei Stück. Um es mal so zu sagen. Also lohnt sich nicht so wirklich. Aber der Vollständigkeit halber muss man es erwähnt haben. Dann gehen wir als nächstes auf das Efermere ein. Ich weiß, darauf wartet ihr am meisten. Es ist auch mehr oder minder das Interessanteste. Interessant ist auch, dass die Dinger so super günstig sind. Das bedeutet, ihr könnt euch die Dinger auch ohne Probleme holen. Und wir gehen dafür jetzt auf Sephir. Das ist schon mal mein erstes Problem. Meiner Meinung nach passen die Dinger nur auf Sephir und Sephir Prime drauf. Kann man sehr, sehr schön optisch anpassen. Will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber sie nehmen sehr viel vom Bildschirm ein. Ich meine, schaut es euch an. Halber Bildschirm weg. Jetzt mal ein bisschen übertrieben. Gehen wir ein bisschen weiter. Die nächste Sache, die irgendwie ein bisschen durchwachsen ist, ist die Sichtbarkeit von dem Efermere. Ihr startet die Mission mit dem Efermere voll sichtbar. Auf einmal wird es komplett ausgeblendet, beziehungsweise nur halb ausgeblendet. Dann blendet es sich irgendwann wieder ein. Und irgendwie weiß, zumindest ich weiß noch nicht so ganz, woran das gekoppelt ist. Ich dachte, es hängt mit Bewegung zusammen. Aber das tut es irgendwie nicht. Mit den Kills hängt es auch nur indirekt zusammen oder gar nicht. Also jetzt seht ihr es voll. Ihr seht aber auch, dass ich wenig, je nachdem vom Bildschirm sehe. Wenn ich zoome, wird es natürlich ausgeblendet. Das finde ich gut. Jetzt ist das Ding zum Beispiel komplett weg. Beziehungsweise es ist noch teilweise sichtbar. Also es ist irgendwie strange. Also ich habe noch nicht so ganz raus... Jetzt ist es wieder voll da. Ich habe noch nicht so ganz rausgefunden, womit das zusammenhängt. Das Interessante ist halt, man freut sich, wenn es ausgeblendet wird, weil man dann wieder viel sieht. Aber ist das so ganz Sinn und Zweck der Sache? Dass man sich darüber freut, wenn etwas nicht da ist, was man ausgerüstet hat, damit man viel sieht und irgendwie sich ärgert, wenn es da ist. Aber zum Beispiel jetzt bewege ich mich nicht. Das Ding ist nicht wieder da. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Auf jeden Fall, ich sage mal, die meiste Zeit sieht man es fast gar nicht oder gar nicht. Also irgendwie komisch, das Ding. Aber zumindest dadurch, dass es... Also wenn es so halb, dreiviertel transparent wäre, dann fände ich es persönlich am besten, weil man würde es sehen, man könnte es genießen, aber gleichzeitig würde es auch nicht zu viel vom Bildschirm einnehmen. Naja, also wie gesagt, müsst ihr halt selbst entscheiden. Ich sehe schon kommen, dass jeder mit diesem FH-Macher rumrennt, auf jedem Frame. Naja, ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ihr ja, lasst ein Abo und ein Like da und bis zum nächsten Mal.